Jo, in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, ne? Wart euch in der Hölle erwartet, das seht ihr dann. Und hier seht ihr das. Und wieso? Ist das am Bluten oder was ist das? Ihhh, ey. Ihhh. Und ich bin immer noch auf der Suche nach Kobalt. Kobalt! Immer wenn ich's sage, find ich was. Ich muss es öfter sagen noch. So ein Dickmeinschaft. Fang mal hier an. Danke. Ich nehm das mal lieber sofort, weil sonst ist das nachher weg. Bei denen weißt du nie. Bei den Kollegen, Bratwürsten. Oh, guck mal, ein Grabstein. Den nehm ich noch mit, der ist cool. Kann man so ein bisschen als Deko benutzen. Und der führt mich zum nächsten Kobalt. Ja, so einfach kann's sein. Dickmeinschaft, hier, Ruderstadt. Kommt die jetzt hier hingelaufen oder was? Dickmeinschaft. Da sind sie. Ach, weil sie so nah sind, kommen sie gelaufen. Ich hätte weiter wegfliegen sollen, dann wären sie hierhin teleportiert worden. Ah, komm, ihr, mein Gott, euer Mapping ist so scheiße, ey. Ihr könnt das doch mal ein bisschen professioneller machen hier, die ganze Geschichte, oder? Ah, yeah. Spackos, ey. Okay, ich flieg mal weiter hierhin. Was ist das denn hier? Ach, hier ist Wasser drin. Okay, schnell wieder raus. Voll die Falle. Voll mies. Hm, ich würde gerne so einen von denen da reinwerfen. Gucken, was passiert. Mach ich jetzt auch, pass mal auf. So, 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 ne, so. Jetzt haue ich den. Die muss man niemals hierhin locken. Die sind blöd genug. Ist er da reingefallen? Warte, ist, hä? Hast du einen Bug? Kannst du nicht näher kommen, hast du einen Bug? Oh, ja, du blödes Bastardvieh, ist Christophs Maul. Hm. Ein fliegendes Bastardvieh. Ich hätte ihn gerne trotzdem da reingeloggt. Aber geht nicht. Toll, ne? Guck mal, und hier von der Hand geht, es geht wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber ich kann ja hier die, die sind ja sehr bereitwillig, ne? Könnt ihr vielleicht das Kobalt... Ich lasse euch den Minenschacht nur deswegen graben. Danke. For you. For you. Spackos, ey. Ehrlich. Oh, da ist eine riesige Spinne. Da. Und die sieht nicht so aus, als würde sie mich mögen. Ah, aua. Ah, und ich stelle mich hier natürlich im Bodenkampf. Bastardvieh. Oh, da kommt jetzt zwei raus. Nein. Oh. Puh. Das war... Nicht annähernd knapp. Noobspinne. So, wo fliege ich denn hier hin? Was ist das denn hier? Ach, das ist so ein Bienen-Hive, ne? Da wollte ich eigentlich auch mal hin. Da so rein. Mal gucken, was da ist. Aber mache ich jetzt noch nicht. Ich brauche mich voll viele von denen. Was ist das denn hier? Blockleaves, okay. Irgend so ein blauer Baum. Anscheinend. Ghostwood. Hier brennt alles. Ich fliege gerade, genau. Gerade schön nach Norden. Da will ich ja auch hin, ne? Huay, huay. Huay, huay. Huay, huay. Boom. Arschloch. Ja, kriegt man von seiner eigenen. Kann seine Rotze selber behalten da, ey. Ach, ich bin voll. Oh, mit scheiß Kobbel. Oh, jetzt habe ich ihn noch weggeschmissen, ne? Aber was es war, weiß niemand. Habe ich das jetzt auch aufgehoben, was ich aufheben wollte? Ne, das hier wollte ich aufheben. Und das hier wollte ich aufheben. Was ist das denn? Gunpowder kriegt man auch von einem Dingens? Das wusste ich noch nicht. Das wusste ich nicht. Äh, hier. Die Gemeinschaft. Da so. Ich dicke Gemeinschaft in Minecraft. Ich mache voll geile Musik jetzt. Habt ihr mitbekommen schon mal? Ich bin jetzt Hip-Hopper, so. Und ihr müsst da jetzt nicht im Ernst hier hinlaufen, oder? Really? Ernsthaft jetzt? Von da hinten? Die kommen noch nie hier an. Dann machen wir lieber Unsumme Minions. Kann ich jetzt auch direkt die Gemeinschaft sagen? Ja. Die haben nicht genug zu essen. Für alle Minions. Das ist auch echt eine Krankheit immer hier. Danke. Da kann man sogar einmal draufklicken. Und dann machen die jetzt schon... Haben wir denn hier noch irgendwas? Da ist noch eins. Jetzt müssen die aber erst von da hinten wieder hier hinlaufen, ne? Aber dazu brauche ich doch eigentlich nur einen, oder? Ne. Ich brauche immer alle. Ah, ich muss es mir auch richtig anzeigen. Sonst wird das nix. Anscheinend. So. Geht doch erstmal hier rüber. Komm mal her. So. Und jetzt kommt einer von euch. Und nimmt diesen Block. Boah. Ihr seid echt plüschig geschnitten, Brot. Alter. Das ist so extrem. Halt, sagt er dann nur. Halt. War krank, ey. Ihr könnt aufhören. Danke. Oder ist er, wenn ich jetzt hier reinklicke, dass sie dann da weitermachen? Ne. Wäre cool gewesen noch, dass man die so hätte weitermachen lassen können. Das fände ich schon nice. So, ne? Aber hier soll irgendwo ein Bienen... Da ist ein Bienen-Hive. Hive-Block. Soll ich einfach mal das ganze Hive abtragen lassen von den... Von den Minions? Hier ist nix. Ich fühle mich hier drin jetzt ehrlich gesagt nicht so wohl. Kommt da immer mehr oder was? Aber er hofft nicht zu stechen. Blöde Riesenbiene. Aha. Okay. Ja. Dann hole ich da mal meine Mitarbeiter. Und die sollen das Thema abbauen. Gucken, was geht. Ich habe doch gerade Unsummoned Minions gemacht, oder? Ah, ich bin schon wieder leer. Ich kann schon wieder... Ich bin schon wieder hungrig. Also zaubern, das muss echt sehr anstrengend sein irgendwie. Don't hurt me. Nö, machen die nicht. Aber wenn ich die kaputt schlage... Ach, dann kriege ich immer diese Honigwaben. Aua. Ach, und da können welche drin sein. Hau ab! Hier ist noch eine, ne? Oder? Schießt der auf mich, wenn ich hier drin bin, der Garst? Das mache ich jetzt. Mal gucken, ob man den Garst ein bisschen provozieren kann. Äh. Sodass der hier reinballert und dann die Bienen den angreifen. Da ist er doch. Aua. Wollt ihr? Wie, die aber auch angestürmt kommen, ne? Ist hier noch eine? Eigentlich ist das ja das Wachs. Das müsste voll abgehen, wenn du das anzündest. Bumm. Komm, von wo denn noch auf mich schießt der Penner? Nö, nö, nö. Das ist noch eine Biene. Bin ich jetzt der Bienenfeind automatisch? Nur weil ich mal kurz da reingeguckt habe, oder war es? Unglaublich, ey. Aber wo komme ich denn mal wieder zurück nach Hause? Ich will wieder nach Hause. Das ist hier so abgelegen. Und ein bisschen Kobalt habe ich ja auch. Ist zwar nicht viel. Aber ich hoffe, das reicht. So. Fünf Kobalterz. Ist das in die richtige Richtung? Hier ist mein Waypoint. Ja. Da ist nochmal Kobalterz. Oh, und drei von diesen riesigen Spinnen. Hier, kommt doch mal her. Guck mal, ihr blöd genug seid. Ihr seid blöd genug. Auf jeden Fall. So, die eine ist schon mal... Ach, die überlebt hier auch. Aber geht ja auch so. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, da ist er. Oh, der Nitro-Creeper, der explodiert schneller. Aber legt mir dabei noch ein... Ey, das ist... Also, die sind schon wirklich sehr freundlich hier auch, also. Teilweise. Boah, außer da mit dem Hunger. Das ist echt unfreundlich, ey. Mann, ich will nicht dauernd essen. Essen ist so furchtbar. So, noch einen hin. Kriegt er jetzt geschissen? Nein, natürlich wieder nicht. Warte mal. Warte mal. Was ist denn, wenn ich jetzt strip mine sage? Geht nicht. Dickmeinschaft. So. So, Dickmeinschaft. Den auch noch. Hier. Now. Wer hat den Kobalt? Du doch, ne? Neun. Okay. Kann ich die auch hier so... ...so was abbauen lassen? Geht das? Die fallen jetzt bestimmt da rein. Oh. Der schießt wieder auf mich. Ne, da kann ich besser nochmal ansammeln machen und die nochmal hier hinholen. Noch ein bisschen was rein spachteln. Ich weiß, ich hab deine Mutter umgebracht. Ja, aber deshalb brauchst du ja jetzt hier nicht so einen Terror zu machen. Die will's nicht anders. Ja, komm. Weißt du, aber einmal beißen, das war jetzt noch nötig. Total. Okay. Hier, das holt er mal für mich. Los, schneller. Ich will das heute noch haben. Ja, das ist genau das, was ich haben will. Das hast du gut gemacht. Du Arschloch. Was ist denn hier? Blue Glow Shroom. Den nehm ich mal mit. Hört sich gut an. Den esse ich gleich erstmal zu Hause. Mal gucken, was passiert. Oh, boah. Guck mal. Zwei. Premiere. Direkt zwei. Zwei. So, kommt mal her. Wo sind die meine Minions? Da ist einer. Die anderen werden auch jeden Moment erscheinen, hoffentlich. Hoffe ich. Weil da unten ist nochmal was. Alter. Jetzt muss ich die echt wieder ansammeln. Okay, dann kriege ich aber zunächst schon mal die beiden Dinger wieder. Und die nehme ich auch noch mit. Weil man, ich weiß ja nicht, wie viel ich für den Hammer brauche. Nachher brauche ich 15 Stück für den Hammer und habe dann... Äh. Hallo. Was war das? Achso, ich habe Hunger. Dabei war dieses komische Geräusch und hat nur so ein Imke furzt, ey. So, Dingmeinschaft. Dingmeinschaft nochmal. Weil die hören nur auf mich, solange ich den Stab in der Hand habe. Voll die Bastarde. Komm, heb ihn doch auf. Aber hier bin ich definitiv nicht hergekommen, ne? Soll ich hier drunter langfliegen? Oh. Ich kriege ja zum Glück nicht so viel Schaden. Dann müsste ich eigentlich überleben. Aber ich glaube, ich fliege nicht da lang. Das ist keine gute Idee. Kein gutes Mapping. Was ich hier habe. Äh. Wo muss ich denn mal hoch? Wo bin ich denn hergekommen überhaupt? Ich muss in diese Richtung, ne? Kann ich hier nicht irgendwo hochfliegen? Mal so ein bisschen? Doch hier. Da so. Da so. Und dann hier durch. Über diese riesigen Felder aus. Scheiße. Was war das gerade für ein Geräusch? Die ist komisch. Warum? Okay. Hier ist aber wieder dieser riesige Lavasee. Alter. Jetzt beruhig dich doch mal da. Äh. Ja. Äh. Äh. Vom Abgehen. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Aber gut. Äh. Ich hole mir mal hier, äh. Den Weg zurück nach Hause. Äh. Kann ich hier das hier abbauen lassen? Kommen die denn jetzt? Ne. Dauert. Dauert immer bei denen. Was für Penner. Guck mal, jetzt nochmal Kobalt. Oh Mann, warum kann man den denn nicht selber abbauen? Oder womit? Wenn das jemand von euch weiß, wäre ich sehr dankbar für eine Antwort. Das wäre echt cool. Weil so ist ja jetzt doof, ne? Also, guck mal, es steht da mal, es kommt zwar überall hier rein, aber bringt ja auch nichts. Wo ist der Weg nach Hause? Hä? Und jetzt stoppt es einfach hier. Ja, internal exception. Java, Netzhockey, Timeout, Exception, Re-Timed Out. Ja, und diese Folge ist damit auch Timed Out. Kommt nämlich ungefähr hin, ja. Und ganz wichtig, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017